Es beginnt gerade eine Phase des permanenten Wirtschaftskrieges. Wir reden hier nicht davon, bald werden, wenn der Ukraine-Krieg endet, wieder friedliche Zeiten herrschen. Vielmehr ist das jetzt der Vorlauf oder wie Admiral Charles A. Richards sagte, das Warm-up. Das ist eine düstere Prognose, die jedoch noch schwer zu ausfallen kann, wenn man bedenkt, dass ein Wirtschaftskrieg rasch in einen richtigen Krieg führen kann. Industriepolitik ist keineswegs harmlos. Möglicherweise werden wir uns schon bald nach den Zeiten globalistischen Freihandels zurücksehen. Es ist momentan sehr leicht zu sagen und man erhält auch moralischen Beifall ganz sicher dafür. Wir brauchen eine Loslösung, ein Decoupling von China. Aber das birgt auch große Gefahren.